Ein Spritzer hier, ein Spritzer da. Von Parfums können viele Frauen nicht genug bekommen. Der klassische Parfum-Move könnte allerdings bald per se sein. Denn in diesem Sommer gibt es coole Innovationen, die nichts mehr mit Aufsprühen zu tun haben. Da ist zunächst einmal das Parfum-Puder. Der transparente Stift hinterlässt keine sichtbaren Spuren und kann jederzeit auf den Körper gestäubt werden. Eine weitere Innovation sind die Gel-Parfums. Diese lassen sich wie eine Body-Lotion auftragen und schmelzen zart auf der Haut. Schöner Nebeneffekt, die Creme verleiht auch noch Glitzer. Und weil Haare Düfte besser aufnehmen als die Haut, liegen jetzt auch parfümierte Hair-Mists im Trend. Diese werden einfach auf das trockene Haar aufgesprüht und schon bezaubert der Duft den ganzen Tag. Zuletzt dürfen wir uns auch noch über duftende Roll-Ons freuen. Die passen perfekt in jede Handtasche und können ganz einfach aufgetragen werden. Sommerliche Frische ist somit jeden Tag garantiert.